Ja, woher kommen Sie denn? Berleburg. Haben Sie denn schon mal was von der Route 57? Ja, natürlich. Wie finden Sie denn die Verkehrsverbindung nach Wittgenstein? Rottenschlecht. Was könnte denn die Route 57 verändern? Ich fahre beruflich nach Olpe zum Arbeiten. 60 Kilometer, wenn du zwei, drei LKWs vor dir hast, ist es einfach unmöglich zu überholen. Du kommst zu spät zur Arbeit und entfernt auf Teil der Verkehrs zum kurzen Aufdeutschgesatz. Ja, vielen Dank.